Eine musikalische Reise nach Nordamerika. Der Komponist Larry Meick vereint in seinem Stück Concertivo für Tramset die Stillrichtungen drei weltberühmten Schlagzeiger. Den ersten Teil inspirierte Sandy Nelson mit Rock'n'Roll. Der zweite Teil ist ein Jazz-Walzer von Joe Moreno geprägt. Der dritte Teil wird im Swing-Stil nach Gen Krupa gespielt. Der dritte Teil werden hinteren Adapauze vorgetragen. Soliszt am Schlagzeig ist Ferenc Tschöntsi junior als Füred. Tehát a Komponista Larry Meick három kiváló világhírodobosnak a stilus Adolf Wöster ebben a darabon Concertivo für Tramset. Az első Sandy Nelson Rock'n'Roll után, a második egy Jazz-Walzer Joe Moreno stilusában, a harmadik pedig egy Swing- és pedig Gen Krupa stilusában. Folyamatosan játszák egymás után a darabot a dobos szólista Csincsi Ferenc Balatonfüredről. Dirigentiszt vezénye Herr Hermann Schwartz. A Mács 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 M Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018